So, heute mal ein kleines Fahrvideo mit meinem PKW. Land Rover Defender, nein, nicht Defender, Land Rover 110 oder One Ten, Baujahr 1990, das Auto ist genauso alt wie ich, ehemaliges Militärfahrzeug von der britischen Armee. So, heute mal ein kleines Fahrradfahrzeug. So, heute mal ein kleines Fahrradfahrzeug. So, heute mal ein kleines Fahrradfahrzeug. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mi chef Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt gehts hahn, heute früh mein Arbeitsweg hat Länge gedauert wegen der Umfahrung. Mal schauen, vielleicht gehts jetzt ein wenig schneller. Ja, das ist ein wenig schneller. Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 So kommen Sie bei 1 Hektar Und das war mein Arbeitsweg, den ich jeden Morgen bewältige, entweder zur Frühschicht oder zur Spätschicht Spätschicht bedeutet 11.30 bis 20 Uhr arbeiten, Frühschicht bedeutet 8.00 bis 16.00 Uhr arbeiten Ab und an habe ich Mittelschicht, die habe ich aber ziemlich ausgemerzt Weil ich mit der den Stall einfach dann nicht zu der Zeit schaffe, wo ich es müsste Die wäre von 10.00 bis 18.00 Uhr Ist aber einfach der falsche Zeitpunkt Ja, soviel dazu Wie gesagt, das war mein Arbeitsweg Und das war mein Dienstfahrzeug Land Rover 110 Vorgänger vom Defender Baujahr 1990 219.000 Kilometer Servus St Vorgänger